Ich habe gerade gewonnen, also gratuliere nochmal ganz herzlich, toller Titel. Zum Abschluss der Karriere habe ich heute Leuten hören. Ist das dann wirklich so das Abschiedsspiel heute und bei Arsenal ist das dann ein Schlussstrich? Nee, nee, ganz und gar nicht. Ich spiele auf... In welcher Art geht es weiter? Das war nochmal schön zu sehen, dass ich es doch noch kann mit diesem Pokalsieg. Und ich werde auf jeden Fall noch, ich habe noch ein Jahr Vertrag bei Arsenal, also ich werde auf jeden Fall noch weiterspielen, ich höre jetzt nicht auf sofort. Mit Volldampf oder Standby-Profi, weil Sie sagten, es gab so eine Phase, da hatte ich so ein bisschen die Motivation verloren. Stimmt schon, aber jetzt kann man sich vorstellen mit Volldampf. Jetzt auch wieder mit Volldampf. Mit diesem Rückenwind des FA Cup Titels auch nochmal gespielt zu haben, kann man sich vorstellen, dass man da nochmal Blut leckt und vielleicht geht nochmal das nächstes Jahr.